Hallo, herzlich willkommen YouTube, hier wieder bei Rogue Gaming, ja, mit mir und Manu und meinem Bruder Kai. Ja, Part 8 steht jetzt an. Und bei Call of Duty. Ja. Und ja, wir dissen gerade Rogue. Oh, Elias ist jetzt ein wenig... ...eingefressen. Ja. Hä? Was? Was soll ich denn machen, oder? Ja. Ach so. Hat er was? Ja, ja. Ey. Du sollst nicht schieben bestimmt. Kann der halt nicht alleine? Ist doch so fett der Ruhe. Boah ey, wirklich wahr. Sind ja mal eine Eier. Ah, mal mit der Ruhe. Wird nicht gefährlich? Richtig. So, Locke, also Elias. Du wirfst mich aus diesem Flugzeug? Richtig. Du wirfst mich aus diesem Flugzeug. Du würdest mir jetzt alles, aber auch alles über die Ausgrabung in San Diego sagen. Was? Willst du mich fallen, Lieutenant? Wieder? Antwortet mir, Roar. Denkst du wirklich du kannst mich brechen, Elias? Na los doch! Komm schon, hier bin ich! Logan, bring ihn zu mir! Es ist vorbei, Roar. Du bist besiegt. Niemand hat mich besiegt, Elias. Du hast mir meinen Job gerade immens erleitert. Oh, was ist das? Den haben sie nicht auf den Schirm gehabt, Elias. Ja, super. Was ist denn nur? Ja, das hat auch so geplant, Elias. Ja, nee, es läuft. Wie hängt denn der da mit dem Fahrrad? Wo kommen die denn her? Ja, das geht los, Elias. Das fühlt sich cool, wa? Äh, das fühlt sich scheiße. Höh! Ja, super. Ich traf mich jetzt mal überhaupt nicht gerade. Wie hat denn der das gemacht? Hm, liegt hier rum? Eigentlich zufälligerweise wir haben Fallschirm dabei. Ja, sag ich doch! Ja, sag ich doch! Sag ich doch, ihr sag! Immer! Ja, super. Ja, super. Und jetzt? Ist eigentlich hier ein Baum, oder was? Ja, super. Ja, super. Und nun? Obwohl es Elias und ein Hash und so. Ja. Boah. Bin ich betrunken, oder was? Ja, das ist ja so, dass ich hier so nach unten her stelle und nicht zur Arbeit. Was ist das? Eine Schaufel? Ja. Genau. Genau. Der Dart hat einen komischen... ...Sensor-Ding in Server. Ja. Und wo kommt denn der auf einmal her eigentlich? Wo meint er den nicht immer? Dazu hat mir die Öngezeige. Du kannst es schaffen, Johan. Jetzt soll ich hier auch noch schleichen, ey. Das ist ja alles. Das ist ja wir so eine kack Mission. Ah, bleib einfach am Reinen drin. Ich krieg hier auch mal vernünftige Missionen hier. Also auch nicht so wie Part 1, wo ich jetzt hier viermal gestorben bin. So eine Mission wäre hoch, scheiße. So eine Mission wäre hoch, scheiße. So eine Mission wäre hoch, scheiße. Da bin sie CK. ACH, die seh mich nicht. Am besten... Kriecher am besten. Kriecher am besten... Kriecher am besten... Kriechern! OOOH! sag mal! Ja hier ist kein... ...irgendem Strauchdingens mehr... Gehen wir weiter, was denn? Scheiße, ich weiß, dass es irgendwie wieder hinkommt. Ja, ich lese. Was? Erwege. Hm. Zum Glück gibt's hier einen vollgehenden Weg. Sonst würde ich mich ein bisschen verla- Ja. Oh. Besser den Türen, wenn er gefordert hat. Josef. Eine Entfernungsanzeige auf dein Dingens da? Er entfernt sich wieder. Oder? Ja. Wernhin. Okay. Tja, jetzt hau ich dir eine Waffe. So, entscheide einfach mal. Faktisch. Ah, geh einfach einfach am Rand immer lang. Posten. Da winken sie eh auf den Wegen. Oh. Oh. Weiter. Hatte ich natürlich gesehen. Nee, ich bin aber auch. Ich muss die Rand entlang gehen. Das ist vorgegeben der Weg. Automatisch anziehen. Ja? Ja. Weiter. Ja. Ich hätte doch mal Lust, einen zu töten. Ja, ich war aber total unüberblick. Wenn da noch eine zweite Waffe angewiesen und der sieht das. Ach. Siehst du? Da war jetzt tatsächlich jemand. Nein, halt doch gesagt! Was ist denn da noch einer jetzt? Hm. Okay, nach der Nähe, würde ich sagen. Logan. Wir sehen dich auf dem Schirm. Wir fahren bei uns. Wenn er uns auf dem Schirm sieht, dann müssten wir ihn rein theoretisch auch auf dem Schirm sehen. Ja. Normalerweise schon. Er hat einen größeren Schirm, was? Er hat einen Regenschirm. Zieh auf, was ist denn hier hoch? Mach mal. Hm. Oh, du musst... Oh, was ist denn das? Was? Ey, wir sind schon mal mit Laptops vorbeigegangen. Das wussten wir ja nicht. Ja, super. Oh, das... Ja, toll. Deswegen steht im Pause-Menü auch irgendwas mit Laptop-Datei. Ach, da sind sie. Ja, das hätte man mal eben vorher sagen können. Oh, ey, wir sind jedes Mal gerade vorbei. Oh, das ist ja schwierig schon, Weller. Wir sehen dich. Bleib unten. Logan, tu es. Mein Name. Oh, hey, schalte auf. Keine große Rührphase. Sehr in die Oster. Wer ist denn der Hessige? Wer hier? Ach, das ist sie! Der Hessige... Stimmt der? Der war sehr hässlich. Wah? Dann kommt doch sein Vater. Ja? Ich würde mal gerne wissen, wie ich aussehe. Echt, wie säß denn du eigentlich aus? Ich weiß mittlerweile schon, dass ich Logan heiße. Ich muss mal aufpassen, ob es in irgendeiner Mission mal irgendwo da einen Spiegel gibt, den kannst du mal angucken. Ah, nicht erschrecken. Was ist das? Nöle. Oh, er ist oben oben weg. Hm. Ich fühle mich total schlau hier unten im Tal rumzulaufen. Ja. Weil ja oben weg hier stehen könnten. Ach, Elias und Hesh und Eric, die kennen sich noch aus. Was eigentlich ein Vorteil ist, wenn die anderen Köter haben, dann können die Köter eure Pferde nicht aufspüren, wenn die einem was herumlautscht. Wie schön, weißt du? Hinter Maverick. Ja. Ja, Maverick ist groß und stark. Die haben aber jetzt nicht gesehen halt. Boah. Wie die alle gleichzeitig umgedreht haben, ja. Ja. Ich bin sehr kurios. Oh, jetzt auch ich schnell. Uha. Gegenwerfer. Ich hab hier ne Granaten. Scheiße. Hm. Hm. Ähm. Gut. Kontrollpunkt erreicht, dann siehst du. Oh. Irgendwie ist die Mission auch wieder scheiße. Ja, Call of Duty wird mir irgendwie... ...unsympathischer. Muss ich leider so sagen. Ja. Ja. Auch wenn die Grafik ganz gut ist, aber... ...die Mission selber... ...gefällt mir bis jetzt nix. Warte. Hm. Boah. Boah. Hier ist ein Stein. Daumenkönig da nicht weitergehen. Ja. Der hat mich vorher gesehen. Wie. Das ist schon mal sehr interessant sowas. Ja. Echt mal. Großartig. Okay. Ich kann ja auch kriechen. In einer Reihe bleiben. In einer Reihe bleiben. In einer Reihe bleiben. Also. Können die auch kriechen? Ha. Rechts und links rennt dann uns vorbei, Idioten. Hey. Brauch mal. Okay. Weiter geht's. Das ist eine wahnsinnige Verweigerung. Boah, sind die schnell! Nicht allein! What? Oha! Battle! Silvester! Wunder, schnell! Nicht bewegen! Das war nochmal knapp. Oh, und das? Ich hab ne Pflanze ins Bild! Ach die Scheiße, wie das denn aus? Das sieht in meiner Hand aus! Hier ist irgendwie die Kretze, oder was? Ja, toll! Jetzt ist hier meine Hose dreckig und die Kamera auch noch hier! Ja, super! Nehmen wir nichts! Meine Position ist hier! Nein, nimm den Baum! Ja! Lass den Motor laufen! Das Arschloch kann nach der Scheiße nicht weit genug fliegen! Du kriegst eine Chance! Aber erst nach... What? Was ist unterwegs hier? Die haben's eilig! Warum kommen wir hinterher? Jetzt wird's wieder sauber. Ja, relativ. Ohne zu gucken, was da ist! Was hocken sie einfach da runter? Was sind da... wenn da spitze Felsen sind sie einfach? Ja! Oh, Krokodile! Krokodile oder Haie! Ja, schön! Was sind du? Krokodile oder Haie! Jetzt ist er auf die Fresse, ey! Sie erfüllt! Ach, Wiley hat euch geholt mit dem Boot! Ach sooo! Ja, siehste! Ja, siehste! Wiley holt es mit dem Boot ab! Oh, siehste! Das war schon wieder mit dem Part, wa? Ja, Part 8 ist abgeschlossen! Mensch, das geht ja richtig, äh... Ja, die Mission war ganz schön billig! Du brauchst das bloß am Rand dann anstehen und dann hast das hin... Ja, also... Danke, Call of Duty! Danke für die vorgegebenen Wege! Wär's denn Open World gewesen, wär's schwieriger gewesen? Definitiv, ja! Weil, dass man nicht wusste, dass das wohl lang muss! Sei denn, du hast eine Zielvorgabe! Aber jetzt hat Uhrwerk Priorität! Naja... So, viel gibt's jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer... Oh! Nächste Mission können wir einen Schneemann bauen! Ja, ja! Auch beim nächsten Let's Play! Gut, den wollen wir dann hier mal pausieren? Ja! Und dann bis hin...